Morgen findet in Berlin zum 14. Mal das Parataxe-Symposium statt. Zudem lädt das Berliner Online-Magazin Stadtsprachen ein. Dieses Magazin, das widmet sich der internationalen Literaturlandschaft der Hauptstadt. Und in diesem Jahr tut es das mit Fokus auf die hebräischsprachigen und jiddischen Autorinnen und Autoren. Bei mir ist jetzt einer der Kuratoren, der Autor Mati Schmuelow. Hallo, herzlich willkommen. Hallo, danke. Das Motto dieser Veranstaltung, Hebräisch, Jiddisch, Berlin, das sind gleich drei große Fragezeichen. Was bedeutet denn das? Also wie gehören die Stadt und diese beiden Sprachen zusammen? Ja, am Anfang des 20. Jahrhunderts erleben diese beiden Sprachen, Hebräisch und Jiddisch, in Berlin ihre Blutzeit. Zum Beispiel gab es sogar zwischen den Weltkriegen mehr Verleger von hebräischen Buchen in Deutschland als in Palästina. Wirklich? Unglaublich. Ja, weil die Immigranten in Palästina eine kleine Gruppe waren. Eine kleine Gruppe waren. Jetzt ist das ja so, Sie haben es schon angedeutet, das jüdische Leben und die ganze Kultur war ja vor dem Nationalsozialismus ein ganz lebendiger Teil der Stadt, auch das jüdische. Aber heute hört man das eigentlich kaum noch. Wie steht es denn so um diese jüdische Kultur in Berlin? Ja, so diese Frage sollte man dem zweiten Kurator des Symposiums, Jack Schneider, stellen. Aber ich kann sagen, dass jüdische am Rande Berlins aktiv ist und eine junge, queere Szene gibt, die fast so gut ist wie damals. So vor dem Krieg wäre, der Zweite Weltkrieg wäre 13 Millionen Juden oder zwischen 11 und 13 Millionen Juden gesprochen jüdisch. Heute gibt es nur ein Millionen, meistens sind orthodoxe Juden. Aber es gibt eine Szene hier, wirklich interessant und queere und junge. Und Sie selbst, Sie schreiben ja hauptsächlich Hebräisch, also auch Gedichtbände gibt es schon von Ihnen, auch auf Deutsch. Und morgen moderieren Sie eine Veranstaltung, die heißt Eine Sprache kehrt zurück, warum Hebräisch schreiben in Berlin. Auch mit Fragezeichen, was ist denn Ihre Antwort? Ja, ich habe einen langen Artikel über das geschrieben und hoffentlich bei Stadtsprachenmagazin. Für mich ist es eine wichtige politische Aufgabe. Die recht extremen Parteien wollen die Migranten aus Deutschland entfernen und mit ihnen die Sprache und die Kultur. Hebräisch und jüdisch wären seit dem Mittelalter ein Teil dieses Ortes. Deutschland war nie ein Land, in dem es nur eine Sprache für eine Wohl gibt. Es ist wichtig für mich, Hebräisch zu schreiben, eine Verbindung zu der Vergangenheit und ein Widerstand hier, Widerstand zu der politischen Szene. Jetzt haben Sie ja nochmal einen besonderen biografischen Hintergrund, weil Sie auch arabische Wurzeln haben. Und da sind auch einige Autoren eingeladen, jüdisch, arabisch. Das hat ja Berlin auch eine große Szene, eine arabische. Wo verorten Sie sich da eigentlich? Ja, die arabische Kultur ist Teil der Kultur meiner Mutter und meines Vaters. Meine Mutter wurde in Bagdad geboren und ich bin der irakischen Kultur verbunden, sozusagen. Auch die arabische Kultur erwähnen die Existenz der jüdischen Araber nur sehr wenig, sehr wenig leider. Aber ich nutze meinen Platz in der Diaspora, um tiefe Freundschaften mit Araber, Kurden und Palästinensern aufzubauen. Ich habe auch das Festival der Nahost korrektiert vor drei Jahren, wo jüdische und arabische Künstler und Künstlerinnen über die gemeinsame Zukunft geträumt haben. Und das ist ja wichtiger denn je, gerade jetzt vor den aktuellen Geschehnissen in Gaza und in Israel. Ist das Symposium auch ein Versuch, da irgendwie Raum zu schaffen, um zumindest darüber nachzudenken, aber vielleicht auch konkret, dass Menschen sich begegnen können? Ja, ich hoffe, dass Fragen der Ausgrenzung, der Unterdruck und des Exils und der Flüchtlinge von der Judenfrage bis zum furchtbaren Gazakrieg dazukommen. Und Empathie und Solidarität sind die starke Werkzeuge in unseren Händen, um sane zu bleiben. So wir versuchen, was wir lernen von der Vergangenheit und was wir lernen hier als Männerheit zu Brücken bauen zwischen der politischen Frage und der Sprache. Das war die kulturische Frage. Gibt es denn was morgen im Programm, worauf Sie sich besonders freuen? Ja, ich freue mich auf die Keynote-Reader von Dr. Emile Haddad und Jack Schneider. Tom wird total dreifuss, wir moderieren die erste Panel und er hat selbst auf Deutsch über eine jüdische Stadt geschrieben. Wir wollen darüber nachdenken, wie wir diesen jüdischen und ibräischen Raum in Berlin vergrüßen können. Was brauchen wir? Was ist unsere Verbindung mit der Geschichte von der Vergangenheit, von dem Krieg? Was wären die wichtigsten Fragen damals und heute? Und ja, das ist ein Kaum-Moment sozusagen in unserer Liebe und so freue ich mich sehr. Dann freuen wir uns auch und wünschen Ihnen viel Erfolg. Vielen Dank. Dankeschön, Matti Schmuelow. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Und das 14. Parataxe-Symposium, das findet morgen im Kesselhaus in Berlin-Prenzlauer Bergstadt um 13.30 Uhr geht es los. Und das 14.30 Uhr geht es los.